Warum machen eigentlich, nicht eigentlich, warum machen Profisportler Olympioniken regelmäßige Trainingspausen? Warum machen die das? Hat das einen bestimmten Grund oder sind die einfach nur faul? Gute Frage, ne? Und warum machen Amateursportler oftmals gar keine Pause? Warum haben Amateursportler ständig dieses Bedürfnis, ich muss jetzt aber unbedingt in meinen Sport? Wenn ich jetzt nicht in den Sport gehe, wenn ich jetzt nicht meinen Fitnesssport mache, wenn ich jetzt nicht meinen Brot trainiere, wenn ich jetzt nicht meine Brust trainiere, wenn ich jetzt nicht meinen Bizeps trainiere, dann sehe ich aus wie eine Pfeife. Da hängt alles runter. Das ist eine Katastrophe, wenn ich mal 24 Stunden nicht ins Training komme. Das wird zu einer Katastrophe. Ich werde alles verlieren, was ich mir jemals aufgebaut habe. Ja, es ist jetzt ein bisschen überzogen, aber der ein oder andere von euch ertappt sich jetzt gerade, erkennt sich jetzt gerade, denkt, au, aua, 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 aua. Stimmt. Stimmt, ich habe ständig das Bedürfnis, ich muss ins Training. Wenn ich nicht ins Training gehe, dann, was steckt da dahinter? Was könnte dahinter stecken? Lass uns mal ein bisschen spekulieren. Wenn man nicht trainieren geht, dann kann das verschiedene Gründe haben. Einmal das Biofeedback berücksichtigen, weil man sagt, hey, der Erschöpfungsgrad ist ziemlich hoch, also bleibe ich mal zu Hause und chille, um natürlich dem Körper die Chance zu geben, zu regenerieren. Auch dem Nervsystem, dem zentralen Nervensystem mal Ruhe zu geben. Denn wenn wir ständig trainieren gehen, dann wird das ständig befeuert. Aber die große Frage ist ja, warum machen wir das nicht? Warum verbieten wir oft uns selbst das Training? Was steckt denn da dahinter? Die Angst, eventuell Ververlust? Hm, immer erst drüber nachdenken, erst mal wirken, lachen, tief durchatmen und nicht gleich, ich habe keine Angst. Wirken lassen, Freunde. Und nehmt mal dem Wort Angst die Macht. Dann werdet ihr feststellen, viele, stimmt, ich habe dann Angst, dass ich irgendwie das nicht erreichen könnte, was ich mir vorgenommen habe. Stimmt. Ich habe die Angst, dass irgendwie was nicht so ist wie sein soll, dass was verloren geht. Das ist bei vielen Menschen sozusagen eine Seuche. Die hat sich entwickelt aus Gründen, ich glaube, da können wir lange drüber diskutieren, da können wir ein bisschen in die Kindheit gehen, warum das so ist. Grundsätzlich haben alle Menschen mehr oder weniger Ängste. Die Frage ist nur, blockiert mich eine Angst oder motiviert mich eine Angst? Oder übermotiviert mich eine Angst? Denn wer zu häufig trainiert, der könnte sich auspowern. Der könnte an einem körperlichen Leistungsburnout leiden, dass er einfach seine Leistung herabrufen kann, dass er ständig müde ist und dass er im Training einfach nicht mehr die Leistung bringt, die er eigentlich bringen könnte. Das ist ein spannendes Thema. Und da solltet ihr mal drüber nachdenken. Also pass auf, folgenden Tipp. Wenn du zu den Menschen gehörst, die ohne Training sagen, hey, ich muss heute unbedingt trainieren. Wenn ich nicht trainieren gehe, einen Tag schon, dann habe ich ultraschlechte Laune. Am zweiten Tag könnte ich explodieren. Ja, es ist schön, dass du natürlich diesen Drang hast, trainieren zu gehen, aber das kann auch schädigend sein. Und warum kann es schädigend sein? Wir haben ein sogenanntes natürliches Biofeedback. Das ist unser Körper. Unser Körper sendet uns Signale und sagt uns, lieber Hans-Dieter, liebe Bertha, Gerta, Andrea, Gisela, hey, ich bin müde, ich brauche das Sofa, ich brauche einen Relaxabend, ich brauche dringend Rude. Nein, aber die Gertrud und der Bernhard sagt, nein, du kleiner Körper, du kannst mir mal den Buckel küssen. Wir machen jetzt Sport. Jetzt kannst du sagen, ja, aber vielleicht ist es ja nur Faulheit. Wenn du dich richtig gut kennst, glaube ich, weißt du ganz genau, wann ist Faulheit, ist man nicht. Jetzt sagst du, aber weißt du was, mir ist ja schon oft passiert, aber dann gehe ich ins Studio, dann fange ich an zu drehen und dann funktioniert es. Das kann vorkommen, dann hast du Glück gehabt. Aber manchmal ist es so, dass man mehrere Tage ineinander müde ist. Müde, ausgelaugt, ausgepowert. Man hat gar keinen Drive. Aber man befriedigt sein schlechtes Gewissen. Man geht ins Fitnessstudio, schmeißt ein bisschen die kleinen Handel rum, geht nach Hause, nach Hause, hat trainiert, aber so richtig befriedigend war es nicht. Warum? Weil wir eventuell unser Biofeedback missachtet haben. Ich habe euch jetzt einen Tipp, wie ihr das machen könnt. Ich persönlich nutze den URA-Ring. Das ist ein Ring, der zeichnet komplett meine Herzratenvariabilität, meine Körpertemperatur, meine Schlafphasen, meine Bewegung und gibt dann eine Empfehlung, eine Tagesformempfehlung. Und da mache ich es grundsätzlich so. Alles, was über 80 ist, heißt Go. Alles, was über 90 ist, heißt Reiß die Welt ein. Alles, was unter 80 ist, zwischen 18 und 70. Wenn überhaupt, wenn überhaupt trainiert, ein ganz sanftes Training. Alles, was unter 70 ist, no way. Aufhören, kein Training. Das ist eine Möglichkeit, URA-Ring. Es gibt auch Fitness-Tracker und so weiter, können das auch. Der URA-Ring ist spezialisiert drauf. Deswegen habe ich mich für einen URA-Ring entschieden. Was auch möglich ist, wenn du keine Fitness-Tracker nutzt, dann kannst du mit der Körpertemperatur arbeiten, indem du deine Körpertemperatur regelmäßig misst und guckst, wo ist die. Die kann schwanken um 0,1, 0,2, 0,3 Grad. Aber alles, was mehr ist wie 0,5 Grad, 0,5, ja 0,5 Grad, solltest du überlegen, da ist vielleicht irgendwas im Busch. Entzündungen im Körper, ein Anmarsch von der Infektion. Ein Faktor. Der nächste Faktor ist das Thema Herz. Und zwar deine Herz-Ruhe-Frequenz. Du misst dich einmal morgens, wenn du aufstehst. Und misst im Sitzen, nach dem Aufstehen auf der Bettkante, misst du mal deinen Puls. Wie ist der morgens? Ist der bei 55, 58, 65? Vielleicht sogar tiefer. So, dann misst du das fünfmal hintereinander. Und dann hast du deinen Durchschnittswert. Zum Beispiel einen Durchschnittswert von 62. So, dann misst du das immer wieder. Und vor allem stehst du morgens auf und hast anstatt 62, hast du 70. 60, dann solltest du anhand von Bio-Feedback sagen, okay, heute mache ich kein Training. Dann misst du am nächsten Tag 69. Machen wir noch einen zweiten Tag Training. Und dann stehst du wieder auf, misst, und hast du vor allem wieder 62 oder 63. Dann kannst du wieder ins Training. Das sind so diese Faktoren, wo man darauf achten kann, ob man schon in der Überlastung ist, ob man eine Ruhepause braucht. Denn, was ich immer wieder erlebe, ist, dass es Menschen gibt, Amateursportler, Freizeitsportler, die trainieren, als ob es um ihr Leben geht. Wenn die nicht einmal ins Training kommen, haben die schlechte Laune. Wenn die einmal ihren Sport einladen, sind die nicht gut drauf und machen sich innerlich Vorwürfe. Es ist dann keine freiwillige Handlung mehr, ins Fitnessstudio zu gehen, sondern es ist eine Zwangshandlung. Und Zwangshandlungen machen keinen Spaß. Zwangshandlungen, das wird jetzt ganz spannend, Zwangshandlungen produzieren Stress. Du hast zwar in dem Moment, wenn du im Sport bist, ein gutes Gefühl, aber davor, wenn du eine Zwangshandlung daraus machst, bist du gestresst. Somit hat dann der Sport bei weitem nicht mehr diesen Wert, was der Sport haben könnte, diesen entspannen Wert, der sinkt. Und zwar im Vorfall vor dem Sport. Und genau an diesem Grund bitte ich dich einmal, die Gedanken darüber zu machen, wie tickst du eigentlich? Bist du jemand, der unabhängig, wie es ihm geht, immer in den Sport gehen muss? Schaffst du es, eine Pause einzulegen, ohne schlechtes Gewissen, ohne dir ständig Vorwürfe zu machen? Denk mal darüber bitte nach. Das ist wichtig. Das ist super wichtig. Und jetzt kommt noch ein super wertvoller Tipp für euch, für dich. Und zwar pass auf, wenn du eine Pause einlegst, dann ist es ja immer eine Frage, wie bewertest du diese Pause? Bewertest du diese Pause als Versagen? Bewertest du diese Pause als Verlust? Bewertest du diese Pause als, ja, ich bin nicht gut? Ich bin faul? Dann wird diese Pause einen negativen Einfluss auf dein System haben. Auf dein Gesundheitssystem, auf deine Regeneration. Denn du stresst dann dich. Du stresst dann dein Gehirn. Du denkst ständig darüber nach. Dann produzierst du welches Hormon? Richtig, ein Stresshormon. Und das hilft dir nicht bei der Regeneration. Deswegen, wenn du bewusst eine Pause einlegst, dann feier diese Pause. Geh nach Hause, chille, meditiere, lese ein schönes Buch, höre tolle Musik, setz dich in Eck und freue dich, dass du dich heute regenerierst. Dass du Rücksicht auf dein Biofeedback nimmst. Dass du Rücksicht auf dich selbst nimmst. Dass du bewusst, weil du ein Profi bist, ein Profi, denn Profis machen Pause. Profi wissen, wann sie eine Pause machen müssen. Und dann hast du 100 Points und wirst auf dem nächsten Level. Du gehst aus dem Amateurbereich, aus dem Anfängerbereich raus. Das sind nicht mal Amateur, das sind Anfängermeister. Das stimmt auch nicht. Es sind auch viele Fortgeschrittene, die das machen. Aber du gehst aus dieser Liga, aus dieser Liga der zufälligen Entscheidungen raus, in ganz bewusste, gesunde Entscheidungen. Und das ist super, super wertvoll. So, ich finde, dass das wieder ein mega genialer Tipp ist. Für viele, nicht für alle. Manche können das ja schon. Manche haben das ja schon drauf, ihre Form, ihre Biofeedback gut zu bewerten. Manche können es nicht. Ihr habt die Tipps bekommen, mit einer Pulsmessung, mit einer Temperaturmessung oder mit einem Fitness-Tracker oder mit einem Aura-Ring. Und jetzt wisst ihr, wie ihr damit umgehen könnt. Langfristig gesehen, weil ihr dadurch krasse Vorteile habt. Denn wenn du ständig ins Training gehst, wenn du erschöpft bist, dann baust du Raubbau. Wenn du einen Infekt im Körper hast, dann produzierst du den nächstgrößeren Infekt. Denn der Körper möchte sich um seinen Infekt kümmern. Und du gehst trainieren, raubst dem Immunsystem sämtliche Energie, damit sie es nicht um den Infekt kümmern kann. Weil du produzierst neue Entzündungsprozesse, durch die Belastung, was du hast. Und somit schießt du letztendlich ein Eigentor. Die Frage ist nur, wann fällt das Eigentor? Drei Wochen später, vier Wochen später hast du einen Infekt. Du bist zwei Wochen zu Hause, bist zwei Wochen krank, bist vielleicht sogar nicht krank, aber du kannst nicht trainieren. Du bist völlig ausgepowert. Warum? Weil du keine Rücksicht auf dein Biofeedback genommen hast. Mein Freund. So. Das war eine wertvolle Information. Ich hoffe, dass sie dir geholfen hat. Ich hoffe, dass du es berücksichtigen wirst, darüber nachdenken wirst. Und jetzt sagst du, lieber Andreas, weißt du was? Du hast recht und mir passiert es immer wieder. Aber ich spüre, dass ich mir das saumäßig schwer tue. Dass es für mich ultraschwer ist, das zu berücksichtigen. Obwohl ich weiß, du hast zu 100% recht, tappe ich immer wieder in die Falle. Ich habe es schon so oft probiert. Jetzt pass auf, jetzt gebe ich dir einen Tipp. Ich kenne da jemanden, der kennt sich super gut aus mit dem Thema. Der weiß, wie man am besten vorgeht. Denn der kann auch mal zwischen den Zeilen lesen, der kann den Vorhang aufmachen und kann man nach hinten im Vorhang gucken, was da los ist. Denn da stecken Effizienzblockaden dahinter. Und bei diesen Effizienzblockaden kann ich dir helfen. Das ist mein Job als Motivationstrainer, als Mentaltrainer und als kognitiver Coach. Das ist meine Arbeit und der helfe dir sehr gerne. Sowieso zum gesamten Thema. Training, Ernährung, Achtsamkeit, Schlaf. Das ist meine Baustelle, nicht deine Baustelle. Also, jetzt pass auf, wenn du unten in die Bemerkung reingehst, da findest du in den Shownotes meine Page und zwar andreas-trienbacher.com und da gehst du rein und vereinbarst jetzt deinen ersten unverbindlichen Beratungstermin. Und dann haben wir in Kürze, wir zwei, entweder direkt hier vor Ort oder per Video unseren ersten unverbindlichen, kostenfreien Strategieberatungstermin. Und da kann ich dir ganz klar sagen, wie gehst du in deinem Fall am besten vor, dass du mit dem, was du vorhast, Erfolg hast. Und wenn es darum geht, dein Biofeedback zu lesen, auch da helfe ich dir zu 100 Prozent. Das ist meine Aufgabe und du profitierst von über 33 Jahre Berufserfahrung genau zu diesen Themen. Inklusiv der Sicherheit, dass ich schon über 28.000 Menschen zu diesem Thema geholfen habe. Und jetzt fragst du dich noch, soll ich, soll ich nicht? Bist du selbst schuld. Also, wir sehen uns. Mach's gut. Bis bald. Bleib gesund.